Gibt es bald eine 13. Monatsrente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24D. Meine Damen und Herren, es soll eine 13. Monatsrente eingeführt werden. Aber nicht in Deutschland, sondern unsere Schweizer Nachbarn, die Eidgenossen streiten sich um die Einführung der 13. Monatsrente. Und zwar gibt es dort eine Volksinitiative. Sie wissen ja, dass es in der Schweiz nicht nur eine mittelbare Demokratie gibt, so wie bei uns in Deutschland, dass man da also zur Wahl geht und dann war es das. Nein, in der Schweiz werden solche wichtigen Fragen mit sogenannten Volksinitiativen direkter Wahlbeteiligung entschieden. Und da gibt es also eine Initiative, die will die Einführung der 13. Monatsrente. Und zwar hängt das damit zusammen, dass im Jahr 2030 die bis dato oder bis dahin auskömmlich finanzierte Rente dann immer weniger wird. Und deswegen sagen die Schweizer, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen eine 13. Monatsrente. Und am 3. März 2024 kommt es dann zum großen Showdown. Dann geht die Befragung nämlich los und die Zahlen der Befragten steigen und steigen. Das Interesse ist also schon ganz ordentlich in der Schweiz. Und dann wird sich entscheiden, ob die 13. Rente eingeführt wird. Die Frage der Finanzierung ist in der Initiative völlig offengelassen worden. Das Parlament in der Schweiz und auch der Bundesrat in der Schweiz haben schon gesagt, dass sie das nicht mittragen möchten. Und sie geben die Empfehlung ab, dass man da mit Nein stimmt. Aber letzten Endes entscheidet der Souverän, also praktisch die Eidgenossen. Ja, und da können wir uns Deutschen wirklich mal eine Scheibe abschneiden und stellen, könnten uns doch mal die Frage stellen, warum es in Deutschland nicht möglich ist, dass wir zum Beispiel eine Jahrhundertrentenreform, die ich ja auch gerne im Blick habe, mit der Einführung einer erwerbstätigen Versicherung und 13. und 14. Monatsrente wie in Österreich, warum das nicht bei uns auch über eine Art Volksbefragung, Volksinitiative möglich wäre. Aber davor haben ja unsere aktuellen Politiker so richtig Angst, dass wir denen in die Suppe spucken. Also schauen wir mal gespannt rüber in die Schweiz, was da los ist. Die machen auf jeden Fall eine Volksbefragung, eine Initiative. Und wenn das ganze Ding durchgeht, dann gibt es in der Schweiz eine 13. Monatsrente in der AHV. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.